Hey und Willkommen zu einer kleinen Runde Golf It. Heute zusammen mit Zombie, Maudado und der Spalette bewertet den Part und wie immer viel Spaß. Willkommen zu Apes Hole in One Geschichte. Da ist eine Chance für ein Loch in den Wohne. In every trick, ja. Gutenack, Käffern. If you like the map, give you thumbs up. It won't be easy. Use v for free camp. Das machen wir nicht, oder? Nee, nee. Okay, Hole in One. Ich sehe schon, wo es ist. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe nicht v gedrückt. Ja, ja, ich auch nicht. Ja, ich habe es auf 1-10 gesehen. Ihr hättet einfach nur gerade ausschauen können. Ja, klar. Maudado hat es gesehen. Ja, da war geschummelt, der Junge, wie immer. Ich habe nur Manu hinterher geschlagen. Ich habe alles in der Aufnahme gesehen. Schummelmenion. Was soll man denn da machen, außer feste hauen? Durch die Mitte. Oh, nicht feste. Oh, ich bin komplett weggeflogen. Das war ja unmöglich. Ja, unfair. Ah, wirklich genau in die Mitte. Ja, 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 ja. Das geht gut. Ich kann nicht mittig schlagen. Alter, drei Stocke. Ja, ich kann dir helfen. Warte. Ja, jetzt. Du? Ja, ja. Danke. Das ist krass, oder? Wie wir uns helfen. Ich habe zwar deinen Winkel gar nicht gesehen, aber ist ja egal. Du hast gelogen. Nee, nee, nee. Doch. Nach Gefühl. Und was ist da? Zu stark. Alter, viel zu stark. Also das ist so ein Brett, das eins rückwirft. Also theoretisch könnte ich nochmal stärker hauen. Ach so, das. Ich dachte, du meinst das dahinter. Ich habe getroffen. Hey, da war wer im Weg? Ich habe das scheiß Brett getroffen und es ging trotzdem nicht. Ey, Mordado. Oh. Oh, nee. Ja, Brett hat mich hingebracht. Nein. Kann mir einen Tipp geben? Nur sechs Stück. Kann mir einen Tipp geben? Sei krass. Ach so. Ach hier, oder was? Ist richtig? Was? Oh, wie süß. Ja, echt süß, wie ich da. Ganz schwach. Gegen das blaue Brett und rein. Blaue? Wieso gegen das blaue? Ja, ich weiß, aber da war ja auch schon gegen. Hat nicht geklappt. Lügner. Ist mir wieder angelogen, ne? Äh. Palette, hau den. Nee. Wie nee? Oh, ich war fast drin? Jaja, jetzt hilf mir. Dann bin ich hole, Mann. Katze. Okay. Das war keine Hilfe. Das war nicht ich. Das war ehrenlos. Dann wurde jemand komplett eliminiert. Resettet. Hä? Nein, nicht in der Ecke, nicht in der Ecke. Dafür habe ich mich doch resettet. Oh, schön genau reingekuschelt. Jetzt. Passt auf, ja? Ja. Oh. Hä? Okay. Hast du in die Kurve rein oder was? Okay, guter Tag. Ja, in die Kurve rein, böllern, schießen, fliegen und fliegen. Ah. Na, oh. Was ist das? Hallo? Soll ich dir helfen? Hallo? Ja, kann doch nicht. Hey. Hä? Katze? Du musst dir helfen? Ja. Ist dir nichts gebracht, aber war trotzdem echt nett. Hallo? Oh, kuschelig. Ja. Sechs Strockes. Problem damit? Ja, hab ich. So ist es wieder Stress, ne? Ne. Oh, man muss es nur noch gesackt. Sechs Strockes. Alter. Fester. Du musst da in so eine Röhre reinfliegen. Lol, wo bin ich? Nicht so feste. Lass, ist mit in der Röhre? Ja. Oh, Mann. Ich wäre so gerne in die Röhre. Gerade reingekommen, außer Manu. Ja. Bin ich, wo bin ich falsch? Ab. In die Röhre. Äh. Ah. Ja. Sehr schön. Nur sieben Strockes dafür. Na, geht doch. Ich glaub, ich sollte mal abseits von den Folgen trainieren. Ab. Aber ich glaub, das bringt nichts. Oh, falsche Strecke. Ist es? Ja, ja, komm, 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 komm. Ja, 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 push mich, push mich, push mich. Ja, oh, push mich auch. Ja, komm. Ja. Push mich noch ein Stück. Oh Gott, Alter. Ich bin mir völlig weg. Warte, wir warten. LOL. Was du Trottel. Wir haben einfach nur gewartet. Hat dich das irgendwie daran gehend, voranzukommen? Oder war das okay für dich? Wie auch immer da reingecrasht ist. Oh, lol. Ne, ne, wir sind ja alle instant rein. Okay, da ganz hinten, oder was? Da in der Luft. What? Ein bisschen stark. Hä? Ey, Bruder. Oh, perfekt. Nice. Man, wie kann ich nicht über die Musik reden, wenn in jeder Map ein anderes cooles Mario-Lied läuft? Okay. Option. Ich muss es halt ausmachen, weil es gefährlich ist. Anwenden. Und, oh. Und rein. Oh, super Mario-Land. Das habe ich doch aufgenommen. Haben wir doch schon mal bei Golfe drüber geredet. Ja. Das ist schön. Ach, man muss einfach fest darunter schlagen. Ja, klar. Oh. Schläge. Und jetzt… Oh. Oh. Oh, fast. Ja, ja. Geh doch drüber, du Opfer! Nein, nicht zurück! Oh! Oh, wo bin ich? Oh. 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 feste ich meine kraft die jungen kontrolle und jetzt einmal vorne existiert zu haben aber ich habe scheinbar aufgegeben wie für hast du denn denn schläge gerade aber wir sind alle wieder relativ nah beieinander aus aber jetzt kommt nicht zu kommen muss ich direkt auf der nächsten ne auch super mario land auch muss ein bisschen leiser wow geil geile stelle wirklich cool so wirft es mich mal raus aber rückwärts ist lustig junge ich komme nicht drauf klar ich schaffe es nicht es ist es ist zu hart und die endmusik ist das geil ist das für eine map willst du auch weinen oder was ja ich will nicht auf der seite rausfallen die musik ist einfach zu kommen das war jetzt wieder ehrenlos ja das ding schubst uns viel zu stark da wie ist das geschehen ein wunder nach elf strockes ich war fast rausgefallen der holen worden wurde einfach von einer map zerstört ich bin nicht durch die röhre fertig geflogen oh jetzt ja oh das war zu langsam oder was zumal bitte ooo теперь ich würd's dir gern katze herr du elf ich bin allen verlassen äh zwei strückchen da 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 oh thanks for playing was intelligente ente Der hat bestimmt irgendwas spezielles gebaut. Achso. Glaubste? Was ist das? Was soll das? Warum ist das hier so komisch? Die Mikroschrecke. Ja, 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 ja. Oh, zwei Strockes. Geil, drei. Ja, 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 ja. Geh rein, geh rein, geh einfach rein, geh jetzt einfach rein. Oh ja, zwei Strockes. Geil. Ja, wie, ist jetzt vorbei? Nee, ist so gar nicht vorbei. Was labert der? Was ist das? Das ist die Overwolf-Musik, glaube ich. Oder geh ich in Führung? Wir holen den, wir schnappen den. Oh, da vorne ist ne Zimtschnecke. Das ist einfach, das ist einfach Kerin. Tretet ihn. Oh Gott. Warte, ich spuck ihn an, ich spuck ihn an. Äh, was machen wir da? Nicht den Weg von mir nehmen. Überlegen, lol. Also, auch nicht sehr lange Strecke. Oh, kannst du hochgehen? Ich bin drunter, lol. Ich hab die Wald gesehen. Komm, hüpf. Ja! Oh! Und Palette auch. Natürlich. Und das, äh, obwohl ich dir einfach die ehrege Normale. Bin da außen rumgegangen. Ich liege. Oh nein. Ja, kann nicht jeder so krass sein, ne, wie wir jetzt. Wieso bin ich immer noch vor dir, Manu? Keine Ahnung. Weil ich ein Gönner bin, vielleicht. Hey, wo sind wir? Ah, da. Als ob. First Try. Ah. Ah, Yoshi. Oh. Danke, der meinte mich, ne? Ja, ja. Nicht schlecht, Brudy. Danke, Brudatz. Kannst du noch ein bisschen warten, damit wir auch Chance haben, ja? Hä, was passiert hier? Kann auch nicht, check nix. Oh, ja. Oh, ja. Da war die ein bisschen im Weg. Danke. Danke. Hallo. Könnt ihr aufhören, mich immer wegzukicken? Hallo. Immer noch nicht stark genug? Ich hab so fest ehrlich, ich wurde richtig rausgekickt. Was war jetzt? Adrian. Ah. Okay. Fünf Versuche. Ne, nur drei. Vier. Ich wurde ein bisschen mitgetreten von euch, war schön. Tret dich immer gern. Ich weiß. Weißt du, als wir uns extra dafür getroffen hatten? Ja. Ja. Aber du dann doch nicht aufgetaucht bist. Hey, Leute? Oh, sehr, sehr stark. Oh, jemand hat mich grad geschlagen. Ja, irgendwie lagen drei Leute vor. Oh ja, das ist echt anstrengend. Ja, dann vorbei. Was? Endlich. Nur sieben, ist trockig. Viel zu fest. Oh, ja. Ja, danke. Ey, das war ne Abfallmap. Ja, irgendwie, alles hole in one und dann gibt's zwei Maps, die aber ultra rein. Oh, das ist mal cool. Bin ich gegen das Schild geflogen? Da kannst du auch. Da kannst du auch. Schraffen wir das? Alter, zu stark. Seht ihr ein nice Shot auf der Mine? Ja. Ich hab genau ins Loch reingetroffen da oben. Ja, ich hab's. Ich schaff das nie. Ich hab da bei dem Eis ins Loch reingetroffen. Echt? Nein, ich ging nice. Oh, ja. Ich hoffe, ich komm auch zu dir. Ja, die war, die war doch nett. Ja, die war wirklich gut. Endlich. Das war ein kleines Zykrali. Made by a genius ape. Oh ja, und die Endmusik von Mario Land. Damit man die Mucke noch genießen kann. Und dann schön nach unten zwiebeln. Und bl 헤, bl적. Blieg, bl blieg, blzza. Blie, 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 blie. Blie, blie, bluh, blie, 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 blie. Boam bock, blie, blie. Und dann ich komm dann jetzt zu dir. Blib, blu, blie, blie. Ja, ja, blu. Blip, blip, blu. Oh, blb, blMmm. Das war cool. Und denn drei Stücke es gebraucht. Und wie steht's? Erfolgt? Bitte mit 17 und 10 abziehen von den Punkten und sag mir dann, ob ich gewonnen habe. Nee, so geht das nicht. Und, ich hab gewonnen! Okay, dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.